Hallo zusammen, AI Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, recht mit Ren Frel anzunehmen bei Hochexekutor Hardweg im Silberwald. An dieser Position bin hier in einer Kruft bzw. in das Krabmahl. Soweit ich weiß, ist der Bericht der Todesspiele schafft die Vorquest. Vielleicht kann man diese Quest auch annehmen ohne diese Quest, bin mir nicht ganz sicher, aber nur so als kleiner Hinweis. Nun bin ich auch schon draußen, hier war auch der Rheingang und nun darf man zu diesem NPC hier laufen, da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Apotheker Ren Frel im Silberwald. An dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. AI Zocke Ende